so hallo freunde der gepflegten aber in stunde hier ist man wieder euer lieber zocken forever am schlüssel heute mal vollidioten bei piratenabwehr und zwar habe ich gesehen ja haben so ein paar sonderschüler piratenabwehr gestartet und die haben zwei fehler gemacht der ersten starten dies in der vollen lobby und zweitens mit mir in der lobby auf jeden fall ich weiß jetzt nicht wie lange die geht weil ich mir erstmal im passive modus ganz schleichen wollte wie ihr jetzt gesehen habt aber auf jeden fall jetzt schauen wir mal wie drauf reagieren wir sehr wichtig kommt und sieht dass die kd pushen will ich gespannt ich hatte ein neulich schon mal so ein paar hochintelligente leute aber ich habe ich konnte ein video machen weil man pc wie gesagt vor allem über der hat fast also der decken gar nicht mal wie gesagt aber jetzt schon mal jetzt noch ein bisschen die kd gepusht auch gott und jetzt gibt es noch eine minute schade leider gibt es keine 10 Minuten natürlich jetzt noch so gewesen da als sieben Minuten los an weil wir darüber werden wollte Kollege du hast sie jetzt nicht nur die Lichtgeklöte sein wenn ja dann kann ich ja mit mir helfen wassdestotrotz jetzt zerstört mal so wie er sich für die ganzen oberkecks hier schade so nach alle blüten lüten ja kann sechs machen Egal, aber Leute, schaut euch mal, die sind voll idiot, wenn ich dir das so blöd im Kopf. Das ist so lustig. Ach, das nicht, mach ja die Push. So, noch ein paar Käs. Ja, Kollege, schwimmen halt wieder zurück zur Yacht, ne? Ich werde dich von nicht töten. So, hier noch ein Spiel. Mal gucken, wo die Traffensbund sind. Und da oben ist noch so ein herzhafter Kandidat. Und das ist noch so ein kineser Arschloch. So, mal gucken, vielleicht kicke ich die ja noch, bevor sie die Yacht aktivieren können. Ein paar Mal. Nein, nicht aktivieren, nicht aktivieren. Du schaffst es nicht, die Yacht und Werk zu aktivieren, solange ich hier bin. Ich brauch einen Radiosong. Oh Gott, ist das scheiße. Nee, gar keine Radiosong. So, mal gucken, wo die Arschgeigen spawnen dann tun. Oh, da ist er. Der wird die nicht aktivieren, Leute. Der wird die Apfelgangsität nicht aktivieren, solange ich hier bin, ey. Ich gebe ihm keine Chance, das jetzt aktivieren. So, 10-0 schon. Ich würde gerne mal sein Freund jagen, aber ich glaube, ich gehe... Kollege, du könntest jetzt was Selbstmord machen, würdest du es höchstwahrscheinlich am Strand... ...an Strandbohrn, aber das ist natürlich auch so scheißegal, weil du dir die Kufa noch Kitzel hast. So, okay, ich gehe mal über zu dem, sondern schütteln da drüben, die erüben, umfixen, tun. Ich kenne erst mal die Lutsche hier, die hier im Wasser rum unten ist. Und wo ist denn der Affe da? Okay, abhin. Ich gehe nochmal rein. Gott ist so ein Freund von mir, aber das ist mir nichts, was denn scheißegal. Ich kenne ihn nicht, also küsse ich ihn. So. Oh, nee, das ist wieder drüben gespawnt, das Arschloch. Schade. Ich hoffe, die haben jetzt noch keine Abwehr aktiviert, aber es heißt, dass beide Typen auf K. Mal gucken. Ah, haben sie es aktiviert. Ja, so auf K, was für ein Stück Scheiße. Oh Gott, ey, mitten... Oh Gott, traurig. Das ist ja richtig mies, ey. Ist da im Wasser drin? Ja, ich glaube schon, der hat ein bisschen Hörn. Im Gegensatz zu seiner Affe gefreut, dann der hat ein bisschen Hörn hier. Ja, der ist im Wasser drin, glaube ich. Na, ich glaube ich nicht. So, gehe ich den Arschküchen noch ein paar Mal ab. Ah, vielleicht gehe ich ihn doch irgendwie wieder. Komm, da. Ah, ich bin gespannt, weil er langsam ist auch hochkommt, wenn er stirbt. Ah, nee, es wird nix werden. Egal, kann ich den Typen noch 20-0 ficken? Wollte ich mich aus der Lobby rauskicken, kann ich schon Auftrag starten? Nee, nee, ne, wird nicht gehen. Nee, gar nix, ne, Mist. Egal, drei Stimmen werden dann nicht reichen. Vor allem zwei, ich weiß nicht, nur zwei Typen, eines auf K. Sooo. Ah, nee, ich kill den Typen hier weiter, der schon auf K.s gefällt mir. Sowas mag ich. Ich mag den Arsch hier unten mal killen, ey. Der muss irgendwann nochmal hochkommen. Kann ich nicht gerne mal der Hema in den Ecken rumgehen, da kurz unten sich wieder runter, wie es aussieht. Ja, ja, jetzt komm ich wieder hoch gerade. Nee, ich bin weg. Ah, oder, oder er hat Atom gelegt, das kann auch sein. Ah, da ist er ab 19. So, ach komm, Kollege, komm, die 20-0 schaffen wir auch noch. Die 20-0 schaffen wir auch noch. Sooo, wo bist du denn? 19-0. Komm ich noch mal einen killen auf, dann haben wir eine gerade Zahl. Oh, komm. Ist das ein KD-Spieler, oder? Ja, Sekunden, der Nick heißt der, ne? Ah, kann so sein, dass er KD-Spieler ist. 317. Aber er, er sieht nicht so aus als Werke einer. Und wenn er eine Werke wäre, niemand zu flüten, mit Mepi Gartner für FK zu gehen. Ah, schauen wir mal kurz an der KD einmal an. Wenn ich schon beim Thema bin. Knick, 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 wo ist der Arsch? Da. Äh, nein, das bin ich. Äh, leck mich da, hallo, GTA. Leck mich so um. Wo ist der Panner? Hä? Was ist los? Ach so, geragequeredet. Ah, geil, 21-0. Easy. So, ihr beiden Affen. Es ist halt nicht wieder viel zu blöd, um Passiv zu gehen, ne? Den kriege ich schon, Alter. Den kriege ich schon, Alter. Dieses Stück Scheiße. Hoffe ich jedenfalls. Na, scherz, aber den kriege ich nicht. Ich kriege noch einmal rein im Gold. Mal gucken, wo der Arsch ist. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn immer noch nicht. Ich seh ihn immer noch nicht. Da ist er. So. Na vorne ist der Arsch. Gut, du kleiner Oberkack. Bist du. Da. Mal gucken, wo er spawnt. Na vorne. Nein. Jetzt sei ein nettes Arschloch und so durch Rage quitten. Bitte. Und ich sag's sogar bitte, Alter. Also bitte. Oh Gott. Verdammt. Ich mag keine Palmen. Ich hasse Palmen. Puh. Knapper Scheiß. Ihr wisst ja alle, dass ich Palmen sehr arg möge. Ich liebe sie so sehr. Ich würde jede Palmen. Geht ja auf Fällen, Alter. Oh, da mag ich ja Trump noch mehr als Palmen, ey. Das ist ja eine Beleidigung für jede Palme, ey. Okay, ne, warte. Das ist dumm. Ach, keine Ahnung. Alles ist dumm, was ich sage. So. Einmal kurz die Kugel schlucken, wenn ihr versteht. Hauptsache, der Manker-Kackler spielt noch raus. Pfeife. So, gut. Soll ich aufhören mit dem Video, oder soll ich noch was weiter machen? Ja, komm, ich bin noch weiter, bis der Reimgott weit flitten. Gut. Mhm, 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 mhm. Und hinzugefügt, dass ich der Crew nachscheine. Ach, so drum kenne ich den nicht. Ah, gut. Jetzt, jetzt weiß ich, wer. So, ich guck, weil, ähm, er ist wie so krassen... Die können einmal Helm anziehen sonst. Ach, ganz toll. Weil ich zieh die wohl Helm an, weil sonst killt er mich mit, mit dem Glücksschuss seines Lebens. So, guck, Leute, dass wir nämlich diese Lappen, was ich so möchte, kein Trollharde-Crew. Da, guck, ähm, hier, von, von diesen krassen... Wo ist die Arsch-Crew? Wo ist diese Lappen-Crew? Die ist unbedeutend, ich seh sie gar nicht. Da, hier. Fällt hier, Trollharde am Limit. Da, Sekunde, du bist der Arsch. Hier, Reimgold. Also, wenn er ein Trollharde ist, dann will ich nicht mehr leben, ey. Das ist dann, nein. Also, wenn er ein Trollharde ist, kriege ich mich um. Aber ich glaube, er ist alles außer Trollharde. Ah, okay, die ganze Crew ist alles außer Trollharde. Was guckst du, irgendwie, keine Missgeburt? Kleine Schlampe, du. Es tut doch nicht weh, ich will doch nur spielen. Mit deinem Leben will ich spielen. Oh, Gott, okay, Leute, also kann jetzt keiner sagen, dass ich Noobs töten tue, weil ich tue einen Trollharde töten. Okay, Leute, ich tue den grad nicht dicken Trollharde töten. Wenn ich gegen Trollharde, wenn ich über Trollharde töte. Ah, wie süß, Trollharde. Jetzt weiß ich, wer du bist. Ein richtiges Stück Scheiße. Ah, ich liebe es. Ah, ja, man, wenn wir schon dabei sind. Okay, Leute, ich weiß, wie ihr dort ein bisschen länger. Ich muss ihn einfach töten. Ah, herrlich. Einfach nur ehrlich. So. Ah, ja, Trollharde, der rumstingern tut. Sowas gibt nur noch nicht alle Tage. Vor allem, der sich nicht mehr wegspringen tut. Netter Trollharde ist auch ein richtig netter S.A. Er ist ein richtig netter Trollharde, Leute. Wichtiger Ehren-Trollharde. Oh, hat sich den anderen Hunter geholt, wie süß. Oh, wie putzig. Okay, Kollege, da war ich die Tour. Ach komm, ich gebe hier auch die Tour. Klappen. So. Wer wächst da jetzt auf mich von der Seite? Ist mir egal. So, was ist der Arsch, wie der ist, der krass teuer hat, war er hier und da. Was? Gott, allmächtiger am Himmel, der Orbitalkanon, echt jetzt? 1 zu 21, ich hab dich 21 mal gekillt. Und damit du dich jetzt stark und cool fühlst, ich geh mal zur Orbitalkanon und mach ihn fertig, weil ich so ein cooler Boy bin. Und jetzt kann ich ihn schreiben, 1 zu 0. Ja, zu blöd, dass ich dich nur schon 21 mal gekillt hab, ne Schätzchen? Naja, was willst du machen? Okay, Leute, noch ein paar Minuten Bodenkampf, weil ich hab das leider keine Savage mehr, weil es so ein minderwertiges Stück Scheiß mich tut, mit der Orbitalkanon, damit es sich stark fühlt. Was für ein trauriges menschliches Wesen ist. Na ja, Spieler, die mit einer Orbitalkanone spielen, sind für mich sind für mich keine Menschen, sondern einfach nur die kackigsten Pan auf der ganzen Planeten. Oh Mann, egal, so jetzt, jetzt kann ich mal gegen diese Tryharde im Bodenkampf kämpfen, das sind wirklich die Tryharde, also müssen die mich easy zerficken können, Leute. Oh Gott, eigentlich kann ich nicht mehr rausspringen und krieg ich nur mit dem Fallschirm, Alter, wetten wir? Oh Gott, ich hatte die ganze Panzer. Oh Gott, scheiße. Äh, ich hab ihn noch gekillt, ich hab ihn noch gekillt. Oh Gott, scheiße, nein. Äh, 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 äh. Toll. Das, das gilt nicht, einem Gott. Dieser Kill gilt nicht, äh, gilt nicht. Ich hatte eine MP in der Hand. Und keine Gefechts-GP. Du dummer Sohn einer sehr bösen Mutter, komm her. Oh Junge, jetzt kann er Panzer, alter Panzer, kannst du mal, ne? Fuck. Oh Gott. Oh, jetzt damit triffst du nicht mehr One-Hit, ey. Dummer Flachpfeife. Okay Leute, kleine Planänderung, ich muss das improvisieren. Hör mal, nur bei mal. Wenn sie ein bisschen Hörn haben, machen sie es kaputt. Weil sie Blödsinn jetzt kaputt machen, sie das nicht oder zu bezahlen. Ja, so ist es, bin ich drin. Okay Leute, Blam B, ich muss jetzt hier kurz einmal improvisieren. Ähm. Oh Gott, der hat mich einmal getötet, was für ein Stück Scheiße. Ja okay, ich lag auf dem Boden, hatte einen MP in der Hand. Der hätte mich auch in Level 1 umgebracht, wir sagen wie es ist. Von unverlierter Kill. Nein, hat sich wieder los hier, deaktivieren, nein. Ach, was ist jetzt los? Ja, mir ist egal. So, hier ist selbst Mad. Okay. Jetzt bin ich auf Raider gegangen, jetzt bin ich, gehe ich das Passivmodus raus. Ich brauche auf mich nicht gegen ihn. Jetzt hole ich auch einen Panzer. Und dann geht's los. Ne, ich will keinen Panzer, ich will mir jetzt ein Lubark. Kollege, du musst dein Kopfgeld auf mich aussetzen. Keine Sorge, Schätzchen. Komm schon, Noobbike, wo bist du? Wo bist du, scheiß Noobbike? Nicht bei mir, ganz, ganz toll. Ah, leck mich doch. Ich hab mal schnell, dass das Auto, dass wir mal bei mir spawnen. Hallo, jetzt komm doch her, du scheiß Noobbike, ey. Was willst du von mir? Kommst du mal her zu mir, wenn ich dich mal anfordern tue? Ich will dich Ding. Geht doch, dankeschön. Gott, ein Mächtiger im Himmel. Okay, Leute, entweder sterbe ich jetzt. Ach, nee, der, der wird mich nicht töten, er ist so blöd dafür. Bei Panzer fahren, die mir hinterher schießen kann man meine Oma, ey, du dummer Mistgeburt. Na toll, ey, was für ein Scheiß-Dreck. Naja, okay, ich hätte ihn nicht unterschätzen dürfen. Boah, was für eine Lusche. Er kann doch nur im Panzer fahren. Der Typ ist so schlecht wie Baum, Alter. Oh, Junge, ich hätte dich so easy 50-0, du kannst gar nichts außer Panzer hocken, ey. Also Panzer hocken, ich kann auch kein Deutscher, ey. Gute, nochmal Passivmodus. Nein, scheiße, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Leute, was für ein Noob, schaut ihn euch mal an. Schaut ihn euch für zwei Minuten mal an. 22mal gekillt. Ach Gott, ja, Mann. So was, so was verstehst du als unser Tryhaden, oder? Wenn der so was unser Tryhaden versteht, dann will ich nicht mehr leben, ey. Ich steig mir den Panzer an, wenn ich cool bin. Oh Gott, ey. So, wahrscheinlich, ja, nee, also, ich hab ihm ja auch schon Schaden zugefügt. Jetzt mal gucken, jetzt, ob das klappt. Nee, das wird nicht klappen. Mal gucken, wie der zieht denn mein Panzer, nicht weil er dumm ist. Ah. Ja, er hat ihn nicht gesehen. Ja, 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 komm schon, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Gut, so, viel, viel Schaden hat mein Panzer nicht bekommen. Okay, es ist gut. So, jetzt schlage ich, jetzt mache ich ein Fertiges, dumme Missgeburt, Alter. Bisschen dumme Nutte von einem bösen Hunger. Ja, geil, Savage. Mein Gott, jetzt geht der hier auch noch, pass auf, diga, geht nicht mehr. Was ist das denn hier für ein scheiß Tag heute, Alter? Alter, seid ihr alle scheiße im Kopf, ihr könnt ja gar nichts, egal, der Panzertyp. Ja, okay, gut, er hat seinen eigenen Freund umgebracht, aber nicht viel besser. Leute, sagt mir, ihr seid so scheiße, ihr könnt doch... Oh Gott, Alter, was für die Luschen, ich muss auch mit dem Video, ey. Ah, nee, das mache ich jetzt weiter, das mache ich jetzt weiter. Ich muss die Lappen so fertig machen jetzt. Mmh, wie lecker das ist, das macht so Spaß. Ach, zwei Bodenhansel, die überhaupt nichts geschissen bekommen, unser Panzerock und Savage fliegen, ey. Sie können mich schicken, ich schicke euch beides so hart, ne? Was ist das, jetzt werde ich dann so wie ein Türke, ey, Sie können... Nein, also fange ich nicht an, nein. Nein, ich bin kein Türke, ich bin kein Arschloch, nein. Nicht so ein Türke, ne? Kein Türke ist jetzt ein Arschloch, weil er das die Kerk am Sagen tut. Das war jetzt einfach nur so, weil die meisten Türke haben das die Kerk am Sagen. Ach Gott, Leute, jetzt, jetzt kommt, Alter, jetzt, jetzt kämpft Bodenkampf. Jetzt wird euch mal kein Panzer und gar nichts, sondern kämpft jetzt mal wirklich die Männer. Wie gesagt, so ein krasser Tryharder, du. Das zeigt mir, was du kannst, so ein Skill. Aber ich rede von Skill, du bist ein Zagfabrik-Skruz, also kannst du wahrscheinlich nichts, was ein Panzer brauchst. Oh, nee, Alter, ich renne jetzt vor. Oh, das ist mir jetzt sowas von Scheiße, glaube ich, der mich jetzt killt, ey. Ich kenne das vor. Die Typen sind der letzte Abschirm auf dem ganzen Planeten, Leute. Oh, nee, der Panzer... Nein, ich habe keine Panzerfaust. So, meine Note, schau mal an. Nix, nix außer Savage fliegen und Panzer fahren. Nix außer Savage fliegen und Panzer fahren. Die Lappen haben mich nicht einmal getroffen, Leute. Also könnt ihr nix sagen, ich sage an BST. Die haben mich nicht ein einziges Mal getroffen. Mein Gott, was wie geil ist, ich bin voll Spaßmatiker, ey. Ich habe es ja gesagt, nix außer Panzer fahren und Kampfjet fliegen und kein Ankampfhielu wahrscheinlich, ey. Keinerlei Skill, nur Luft um Sack. Wie ich es gesagt habe, nix können dir, Alter, gar nix. Mein Gott, was wäre hier so ein Stück Scheiße, Alter. So, in der Wandcamp kann man oben auch, du dumme Nutte. Du, das Stück Scheiße, ey. Komm her. Ganz dumm ist die doch nicht. Aber du bist dumm, schätzchen. Oh, Panzerfaust, wie süß. Ich habe bloß die, die schlampert wieder ein Panzer. Dann habe ich mir jetzt einen Laser. Wenn du jetzt mit dem Panzer kommst, habe ich mir einen Laser. So, mal gucken. Ich habe jetzt wieder ein Panzer geholt. Wenn du jetzt hier eine Panzer geholt hast, werde ich auch mit dem Video, glaube ich, ey. Dann wird es mir zu... Malik. Und jetzt heißt der Vollidoten bei Pigatenabwehr. Also rein, theoretisch sind es immer noch Vollidoten. Das ist ja nicht mehr Pigatenabwehr, aber es sind Vollidoten. Mal gucken. Halt mal die Klappe rein im Gold. Was? Oh, halt doch mal die Fresse. Du bist dumme Nutte, ey. Du bist ein bisschen bekannt. Du kannst nichts. So. Gut, was bauen ich jetzt? Leute, ich... Ich will die Türen noch ein bisschen fertig. Man, die haben es so verdient. Die sind einfach so der letzte Abstimmung. Die können gar nichts, die Typen. Das ist einfach eine traurige Tatsache. Haben sie mich vielleicht einmal getötet, weil sie irgendwie mit einer Savage-Van und einem Panzer... Aber es ist mir sowieso so ein Scheißegal. Die Typen haben echt mal verdient, sich auf die Fresse zu kriegen jetzt von mir. So richtig schön penetrativ die Fresse zu verlieren, ey. Oh, was seid ihr? Was, ihr Bullen? Scheiße. Oh, halt die Fresse. Der Kopfkiller. So, ist die dumme Hure. So, die Kämse hinter der Wand. Das habe ich jetzt wahrscheinlich aus tatsächlichem Küchen. Gleich wollte ich den Panzerfaust am Arsch kleben. Mein Gott, du hättest jetzt ich sie mit der Panzerfaust. Gut, wir haben das ein bisschen ärgert, Mann. Aber gleich würde ich so eine Probe wieder zurückkriegen, was ich zur nächsten Ecke muss. Weißt du, ich mache so mal so wie die Affen. So. Oh, geil. Pff, der war gut. So. Wo ist die dumme, Alter? Da vorne. Weil, Junge, du glaubst gar nicht, wie ich dich hasse, ne? Weil du mich einmal angegriffen hast mit der Savage-Van und du wirklich gar nichts kannst. Also, ich habe auch viele Leute, die mich einmal töten tun, ich glaube, weil sie können von nichts. Guck mal, der Passiv-Modus. Keine Savage, Passiv. Merkt sie gar nichts, Passiv. Okay, ist mir egal, der 600, der war nicht passiert. Ich muss wieder rausgehen, fixe wieder von einem AFC-Van. Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn ich geht euch verkraben, dann würde ich sagen, Peace out. Bis zum nächsten Mal.